Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Christoph Saring und heute beschäftigen wir uns mal mit der Mitarbeiteranlage in Apple Enterprise bzw. Apple Lite oder ProSopico, je nach Ausbaustufe, was man gebucht hat. Komplikatorisch wie immer, wenn euch das Video gefällt, dann liked das Video doch und falls ihr den Channel noch nicht abonniert hat, dann würde ich mich über ein Abo auch freuen. Die Mitarbeiteranlage ist in allen Versionen, egal ob jetzt Apple Lite oder Apple Enterprise oder halt auch ProSopico, identisch. In diesem Video will ich vorwiegend auf ein grundsätzliches Verständnisproblem, was hier oder da bei vielen unserer Kunden so aufgetreten ist, ein bisschen eingehen und damit ich das nicht immer wieder erklären muss, will ich halt dieses Video produzieren. Das heißt, wir legen jetzt minimalistisch Mitarbeiter an. Also wir werden jetzt nicht auf jeden einzelnen Punkt eingehen, sondern nur auf die wichtigsten Sache oder auf die wichtigsten Dinge, die wichtig sind, damit ein Mitarbeiter im System funktioniert, sozusagen. Dazu gehen wir hier in den Mitarbeiterbereich auf Mitarbeiter. Dann haben wir erstmal die Liste der bereits bestehenden Mitarbeitern. Wir wollen jetzt aber keinen bestehenden bearbeiten, sondern wir wollen jetzt erstmal einen Mitarbeiter erstellen. Die, die mit mehreren Mandanten arbeiten, die sollten hier oben dann den entsprechenden Mandanten auswählen. Das gibt es ja, dass man eventuell zwei Firmen zu verwalten hat. Und dann gehen wir erstmal auf die allerwichtigsten Dinge ein. Das heißt, wir wollen ja, dass der Mitarbeiter zum Beispiel einen Jahresurlaub bekommt. Das ist jetzt ganz obligatorisch. Also das ist jetzt nicht auf irgendwelche gesetzlichen Sachen reduziert jetzt in dem Fall. Das heißt, wir geben dem Mitarbeiter jetzt mal hier 30 Tage. So, jetzt ging das nämlich schon los bei vielen, dass die es nicht so richtig verstanden. Die haben hier oben, also das heißt, setzen die Apple neu ein und haben natürlich hier oben jetzt das Datum oder das ursprüngliche Eintrittsdatum des Mitarbeiters angelegt. Das heißt, das kann ja jetzt in irgendeinem fiktiven Jahr sein. Das heißt, der ist jetzt schon seit 20 Jahren dabei. Das heißt, dann ist der am 1. 2002 in die Firma gekommen. Urlaubskonto, Anfangsstand und Co., das müssen wir jetzt hier nicht. Das wäre jetzt in dem Fall, dass wir jetzt zum Beispiel aus dem Jahr 2021 noch Urlaub übernommen haben. Dann müsste man jetzt hier noch eintragen, wie viel Urlaub wurde denn da übernommen, damit wir dann eine ordentliche Berechnung haben. Das, was viele übersehen haben, ist dieses Feld. Das Hauptproblem ist sozusagen dieses Feld, weil alle Informationen, die in dem System hinterlegt werden, werden immer ab diesem Abfeld gerechnet. Das heißt, ich lege den jetzt mal wirklich an, dass das jetzt ab 01.01.2022 ist. Das ist super wichtig. Also genau hier gab es die meisten Verständnisprobleme. Das werde ich dann nochmal zeigen, was es mit dem Feld genau auf sich hat. So, dann brauchen wir natürlich einen Mitarbeiter. Das wird jetzt nicht ich alleine sein. Das heißt, das ist jetzt zum Beispiel der Mitarbeiter mit Urlaub. Ja, der hat da mal einen Titel. So, Geburtsdatum und solche Sachen sind jetzt nicht wichtig. So, und jetzt könnte man den Mitarbeiter ja schon anlegen. Man sieht, dass Benutzernamen und Passwort nicht jetzt unbedingt wichtig sind. Da werde ich aber gleich nochmal darauf hinkommen. Und jetzt brauchen wir natürlich noch, damit dann die ganze Arbeitsberechnung, Fehltage und andere Sachen ordentlich funktionieren, hier irgendwie eine Angabe, wie denn dieser Mitarbeiter regulär arbeitet. Das heißt, man kann die vereinbarten Stunden auch auf Samstag und Sonntag legen oder verteilen. Aber wir machen das jetzt mal klassisch, dass wir sagen, okay, da ist hier eine 38-Stunden-Woche. Das heißt, der arbeitet jetzt Montag bis Donnerstag acht Stunden und am Freitag sechs Stunden. So, soweit denke ich mal, ist erstmal, das waren jetzt die wichtigsten Sachen, die jetzt für die Anlage erstmal wichtig wären. Und jetzt geht es ein bisschen weiter. Das heißt, das heißt, der Mitarbeiter soll ja später auch einen Urlaubsantrag selber im System stellen können. Dann gehen wir mal hier oben und sagen Mitarbeiter mit Urlaub, also MMU und dann vergeben wir einfach irgendein Passwort, den der Mitarbeiter verwenden kann. Mal sehen, ob er das nimmt oder ob wir das zu einfach gemacht haben. So, das braucht der Mitarbeiter, um sich einloggen zu können, um zum Beispiel auch die Arbeitszeiterfassung machen zu können und eigene Urlaubsanträge zu beantragen im System. So, DMS-Berechtigungen brauchen wir in dem Fall gar nicht zu beachten. Wichtig ist halt hier, wir haben hier eine Vorbelegung, was er alles darf. Die ist leider derzeit noch im Default auf überall verwalten. Verwalten ist im Prinzip Administrationsrechte. Das wollen wir ja natürlich auf keinen Fall. Das heißt, dieser Mitarbeiter, der hat gar keinen Zugriff auf irgendetwas. Jetzt kommen natürlich sofort die Fragen auf, ja, wie soll er denn dann mit dem System irgendwas machen? Theoretisch braucht er nur auf seine eigenen Daten im Personalbereich Zugriff. Er soll aber auch nichts bearbeiten können oder so. Das heißt, der Personaler, also der, der die Mitarbeiter verwaltet, der braucht hier diesen, der braucht dieses Benutzenrecht. Der Verwalter, der kann Rechte setzen, also wer auch benutzen und wer keinen Zugriff haben soll auf dieses, auf dieses und kann halt Konfigurationseinstellungen in der Administration dazu ändern. So, der Benutzer kann im Prinzip das Personal bearbeiten. Da wird es dann auch noch eine Gliederung geben mit Teams. Das heißt, nicht jeder Personaler darf auf alle Personalakten zuschauen und und der normale Benutzer, der hat grundsätzlich gar keinen Zugriff darauf. So, also Personalakte und Personal. Also diese zwei Geschichten sind im Prinzip hier der Knackpunkt für den Mitarbeiter. So, dieser Mitarbeiter, der soll ja gar keinen Zugriff auf irgendetwas anderes im System haben, also hat der erst mal gar keinen Zugriff auf irgendwas. ist. So, das war jetzt das Erste. So, dann kann man natürlich hier auch noch die Personalakte ausfüllen. Das heißt, das sind so grundsätzliche, sag ich mal, Informationen zu dem Mitarbeiter. Das ist dann natürlich, wer hier auf Benutzen hat, der sieht diese Informationen. Also zumindest im Standard, solange keine Unterberechtigung darauf gesetzt sind. So, also das heißt, hier kann man jetzt die wichtigsten Informationen zu dem Mitarbeiter hinterlegen. die sind aber für das System an sich nicht wichtig. Das ist nur für den Personaler wichtig, damit er schnell seine Informationen zu dem Mitarbeiter bekommt. Okay, so, dann legen wir jetzt den Mitarbeiter einfach mal an und jetzt kommen wir auf die Detailübersicht. Dann sehen wir das hier schon. Also wir sehen jetzt, dass wir hier zum Beispiel ein Studentenkontoproblem gerade aktuell haben. Das liegt daran, dass wir den ja jetzt auf den 1.1. gesetzt haben, aber der Mitarbeiter ja in dieser ganzen Zeit nicht gearbeitet hat. Das ist dann eine Sache, die müsste man dann händisch nochmal nachbuchen. Kann man im Prinzip auch über einen Import lösen. So, aber wir sehen jetzt hier Arbeitszeit, haben wir eine 38-Stunden-Woche und wir haben keinen übernommenen Urlaub aus dem vorhergehenden Jahr, weil wir das ja auch nicht angegeben haben und wir haben hier jetzt den Resturlaub des Jahres. So, jetzt komme ich auf das Problem, wo viele so ein bisschen, sag ich mal, dran gehakelt haben und zwar hatten die gesagt, okay, ich habe mich vertan, der Resturlaub ist jetzt, also entweder das hat grundsätzlich hier irgendwas anderes angezeigt oder die haben was geändert und dann wurde der Resturlaub nicht korrekt ausgerechnet. Und so, das liegt jetzt daran, wenn ich jetzt auf Bearbeiten gehe und ich sage jetzt, der Mitarbeiter, der hat doch nicht 30, sondern der hat 32 Jahresurlaub, Tage, Jahresurlaub. So, ich tue jetzt bewusst nicht auf das Problem eingehen, sondern mache hier mal jetzt auf Speichern. Dann zeigt er jetzt hier 32 Jahresurlaub an. Das ist jetzt der aktuelle Wert, der hinterlegt ist. Aber wir haben hier noch einen Punktverlauf. Da gehe ich mal auf den Verlauf drauf und jetzt sehen wir das Dilemma. Also das System rechnet im Prinzip bis zum 15.10. mit den 30 Tagen Jahresurlaub und ab dem 16.10. 32 rechnet das System sozusagen mit den 32 Tagen. So, jetzt wollten wir aber die Änderung auf den 1.1. mit den 32 Tagen machen. So, wenn das jetzt so passiert ist, also das heißt, hier oben kann bei Buchungen von Urlaub es darauf hinauslaufen, dass es hier merkwürdige Angaben machen. Also wie jetzt zum Beispiel zeigt er hier noch Resturlaub 30 Tage an. Das liegt daran, dass wir es hier ausgewählt haben. Ich würde jetzt in dem Fall, solange hier noch kein Urlaub drauf gebucht ist, würde ich jetzt den erstmal wieder entfernen. Okay, so, da ist der weg. Und dann kann man das entweder hier direkt bearbeiten, also entweder man geht hier auf bearbeiten, dann muss man das hier jetzt wirklich auf den 1. Januar, man kann es auch eintippen, auf den 1. Januar setzen und speichern. Dann wird im Prinzip der 1. Januar überschrieben. Oder wir gehen jetzt nochmal zurück, das heißt wir gehen auf Mitarbeiter, ich muss das jetzt mal verlassen, auf die Übersicht oder wir können auch direkt hier unten das bearbeiten, dann geht diese Maske auf und dann können wir sozusagen hier den Urlaub abändern und dann sehen wir, dann ist ab 1. 1. 2022 hier 32 Tage. Das funktioniert auch, also ich bearbeite den jetzt nochmal und sage, gut, ich will, dass der ab nächsten Monat den ab dem 1. 11. kriegt der zum Beispiel nur noch 28 Tage weichern. So, dann sehen wir das hier im Verlauf, dass der ab 1. 11. bis 28 Tage hat. Die ganze Urlaubsberechnung, die macht das System im Hintergrund automatisch. Also da braucht man keine Angst haben, die Resturlaubsberechnung, die funktioniert schon in dem Fall. Da wir jetzt aktuell noch nichts gebucht haben, also wir sehen ja hier, jetzt hat er 31 Tage ausgerechnet. Das liegt halt daran, dass wir hier ab dem 1. 11. weniger Jahresurlaub haben. Also das heißt, das funktioniert in dem Sinne. So, nichts desto trotz können wir trotzdem diesen einzeln bearbeiten, also ohne, dass das jetzt ein Problem wird. Das heißt, jetzt kriegt er hier 36 Tage, haben wir uns auch vertan. Und wir sehen hier, Resturlaub 35 Tage, er hat das halt hier auch entsprechend ausgerechnet. Und genauso verhält sich das im Prinzip, wenn man die Arbeitsstunden ändert. Hier zeigt er natürlich nur die Änderung an, dann im Folgenden, aber wenn man jetzt sagen würde, okay, nee, es wird dann Freitag gar nicht mehr gearbeitet oder Freitag dann doch acht Stunden gearbeitet ab den ersten Elften, dann würde der das entsprechend auch hier so berechnen. Das heißt, man hat jetzt in dieser Ansicht die Sollzeiten drin. Das ist ein Feiertag, ansonsten sind die Arbeitstage eingepreist und das alles hat dann natürlich Auswirkungen auf Urlaubsbogen, Rangschreibungen und Co., damit diese ganze Berechnung ist. Das machen wir aber dann natürlich in einem weiteren Video. Und jetzt noch eine kurze Info. Ich habe mich entschieden, dass ich zu allen Fragen, die mehr als einmal zu Apple oder Apple Lite oder Prospico kommen, auf jeden Fall ein kurzes Video jeweils produzieren werde. Dafür wird es dann noch eine FAQ-Seite geben, wo das dann ein bisschen thematisch geteilt ist und natürlich gibt es dort dann den Link auf das entsprechende YouTube-Video. Wer sich für Apple oder Prospico interessiert, der kann mir natürlich über meinwunsch at prascot.de eine kurze Nachricht zukommen lassen oder schreibt halt in die Kommentare rein, dass er sozusagen einen direkten Kontakt möchte. Da stehe ich natürlich mit Rat und Tat zur Verfügung. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Sollte dies der Fall sein, dann könnt ihr das ja nochmal liken. Solltet ihr noch kein Abo haben, dann holt das doch bitte nach. Freue mich jedes Mal darüber. Und wenn ihr zum nächsten Video benachrichtigt werden wollt, dann gibt es noch das Glöckchen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Rest der Woche. Tschüss, euer Christoph.